Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Physio-Video von mir. Und ich habe heute die Anna hier. Ich habe schon eine körperliche Untersuchung bei ihr gemacht, um herauszufinden, wo ihre Problemstellen liegen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt und es gerne sehen wollt, dann werde ich das irgendwo verlinken, auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich eins der vorherigen Videos sein. Auf jeden Fall ist es so, dass die größte Verspannung bei der Anna hier neben der Halswirbelsäule liegt. Also wirklich hier in dem Bereich und auch die beiden Trapezi. Ja und hier haben wir sogar eine leichte Taubheit auf der linken Seite. Und die Brustwirbelsäule ist im Allgemeinen etwas unbeweglicher. Genau. Und ich werde jetzt erst einmal anfangen, hier die Muskeln mit Massage und auch kleinen Massagetubels wahrscheinlich zu lockern. Dann werden wir hier die Wirbelsäule auch noch mobilisieren. Und ich hoffe, ihr könnt dabei gut entspannen. Genießt die Sounds und auch die entspannenden Bewegungen. Und am Schluss werde ich nochmal eine kleine Untersuchung machen, um zu gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt hat. Genau. Aber jetzt starte ich erst einmal mit etwas Öl. Für diese schönen Glasgirr für mein Öl. Normalerweise wird das sogar gewärmt. Für die extra Portion in Drupalow. Jetzt erst einmal mit allem Öl anfangen soll ich. Verteile jetzt erstmal das Öl. So. Ich glaube, es reicht uns relativ ergiebig. So, jetzt geht das für dich? Ja. Gut, ich will jetzt erstmal so ein bisschen großblechiger arbeiten und dann gehe ich natürlich auch tiefer in die Muskulatur rein. So, das Öl ist jetzt gut verteilt. Jetzt starte ich eben hier. Wenn etwas zu unangenehm ist, sagst du bitte gleich Bescheid, gell? Ja. Weil gerade der Hals ist natürlich eine sehr sensible Region. Aber man merkt jetzt auch schon im Liegen, ist es nicht mehr ganz so angespannt wie im Sitzen, was ja komplett normal ist. Ich bin jetzt parallel der Wirbelsäule am Hals an beiden Seiten. Meistens arbeite ich vom Kopf weg. Es hat zwar nicht jeder Kopfschmerzen, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man in die Richtung arbeitet, es ist so, als würde man den Kopf stauen. Aber, kommt jetzt natürlich darauf an, das ist glaube ich nicht bei jedem wichtig. Aber, ja, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, sozusagen, arbeite ich meistens so in eine Richtung. Also, man merkt irgendwie, dass es links auf jeden Fall fester ist. Also, wir覺en. Oh, der ist richtig fest. Merkst du es auch? Ja. Das ist heftig. Aber wundert mich gar nicht, weil der Bereich war richtig taub. Bleib auch immer nicht zu lange auf. Denkst du an einer Stelle, was ich schon finde, dass man auch schnell überreizt. Ich nehme jetzt mal ein kleines Tool dazu. Tatsächlich nutzen es viele ja für das Gesicht, aber mit dem Kurscharstein kann man auch super so ein bisschen die Muskeln so, die Faschen quasi scrapen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt auf Deutsch am schönsten sagen kann. Geht das? Ja, das ist super. Wenn es zu intensiv ist, dann sag bitte sofort Bescheid. Also wir müssen hier nicht für die Kamera leiden. Hier ist die Seite, die noch ein bisschen entspannter ist. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Da ist schon ein bisschen mehr. Das ist eine richtige, richtige Genote. Ich beziehe jetzt auch schon mal ein bisschen den oberen Rücken mit ein. Jetzt werde ich mal noch ein bisschen mehr hier in den Bereich reinkneten. Also stehe ich jetzt mal kurz auf. Und die andere Seite. Also hier ist es richtig, richtig viel. Geht das bei dir? Ja, das ist super. Da bin ich beruhigt. Das kriege ich jetzt so eine richtige Känzer auf den ganzen Körper. Oh ja. Weil es so intensiv ist. Weil es sich so löst. Ja, weil man wieder was spürt. Ah, okay. Ich kriege die Taubheit weg. Guten Tag. Und wenn ich jetzt schon mal stehe, dann werde ich jetzt auch gleich ein bisschen hier die Wirbel mobilisieren. Ja. Wenn. Was ist da? Bereit, ne? Stop. Ich muss mich nicht. Was ist da? Vielen Dank. Ja, war zu sanft. Sehr schön. Also, gerade die rechte Seite haben wir definitiv lockerer gekriegt. Aber hier ist noch so was ganz Gemeines. So ein kleiner Triggerpunkt oder großer Triggerpunkt drin. Und ich glaube, das machen wir jetzt ein bisschen anders. Dabei müssen wir gleich die Position verändern und dann kann ich auch gleich den Test wieder machen. So, wir machen jetzt schon mal den kleinen Rebefund. Und zwar darfst du einmal nach rechts und links schauen. Ich schaue nur, das würde ich nicht so sehen. Genau, du hast gerade schon gesagt, dass es nach rechts wieder, also natürlich mit einem bisschen schmerzhaften Endgefühl geht, aber schon besser. Und links zieht sie ja noch. So, habe ich auch gesagt, der ist so ein Knubbel, den kriege ich nicht raus. Und jetzt fahren wir die harten Geschütze auf. Das kann man ja nicht so stehen lassen. Das ist doch einfach ein Punkt. Und mal gucken, dass wir den finden. Dreh ich nochmal nach links. Ist es hier der Wort? Ja. Ob es jetzt... Das ist immer, wenn es Öl ist, dann... Hier? Ja. So, und jetzt dreh den Kopf ganz leicht, wie so eine Nein-Nein-Bewegung. Genau, Richtung links. Gut. Ja. Ja. Dann muss er loslassen, also manuelle Techniken in Kombination. Bewegungen helfen unglaublich schnell. Du sagst mir, wenn es etwas leichter wird, ja? Also nicht, wenn es ganz weg ist, sondern leichter. Es wird leichter. Zehn Stunden später. Es wird leichter, ja. Okay, dann. Das war sicher heftig. Jetzt darfst du nochmal den Kopf drehen. Ja. Und zur anderen Seite, das ist... Die besser. Besser, ja. Ja. Sehr gut. Also dann werden wir noch ein bisschen hinwerden. Wir müssen wahrscheinlich auch ein paar Mal. Aber ich glaube, es war ein guter Start. Ich werde dir jetzt dann auch Übungen mitgeben. Das kommt aber nicht ins Video. Genau. Jetzt möchte ich aber nochmal den Test machen, nämlich den Geltetest. Denn der war beim ersten Video, war hier ein leichtes Taubheitsgefühl beim Geltetest und auch bei den Pinseln, ja? Oder? Ja. Also, jetzt fangen wir mal mit den Pinsel an. Und es ist besser. Also, es ist immer noch... Ja. ...rechtsintensiver. Ja. Aber es ist besser. Also, das habe ich mir schon gedacht, dass es jetzt nicht gleich komplett weg ist. Aber so ein Vergleich. Und nach der Behandlung arbeitet es ja auch immer noch nach. Das muss man ja auch immer sehen. Jetzt habe ich noch hier meine lieben Glitzerfreunde. Und nach der Behandlung ist es ja auch immer noch nach. Also, ich gehe nochmal hier hin. Und links ist es immer noch sehr viel weniger kalt. Ja. Ja. Also, kälten ist immer hochreduziert. Aber ich meine schon mal, die Berührung ist besser. Aber, genau. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis es noch nachwirkt. Und, ja, brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr. Ein paar mehr Sitzungen. Okay, meine Lieben. Ich hoffe trotzdem, dass ihr... Oder ich hoffe, ihr konntet gut entspannen. Seid vielleicht sogar schon eingeschlafen. Und, ja, dann wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020